Es begann alles in 1997, hier in Aachen Suburban Edyll. Walter Janssen und seine Frau Elke sich an ein sehr spezielles Skincare-System. Heute ist Janssen Cosmetics ein städtisch growinger Familienbusiness, staffed by zwei Generationen von Familienmitgliedern. Ich selbst kann heute natürlich nicht mehr alle Funktionen ausüben, so wie es vielleicht mal zu Beginn des Unternehmens war. Insofern sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ja auch zum Teil schon sehr lange Jahre im Unternehmen tätig sind, für uns eigentlich heute die tragenden Säulen des Unternehmens. Das Verhältnis zu den Partnern im Ausland ist auch aufgebaut auf die freundschaftliche, familiäre Atmosphäre, die wir auch im Unternehmen selbst kennen. Die Partner im Ausland sind ja allesamt auch Kleinunternehmen. Das sind Familienbetriebe, die mit Kompetenz und mit auch viel Engagement ihr eigenes Geschäft aufbauen und entwickeln. Insofern ist die freundschaftliche und auch die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den ausländischen Partnern sehr wichtig. Das gilt wirklich für alle Länder, auch für alle Kulturen und alle Kontinente dieser Erde. Wir sind Janssen in Russland. Hallo, ich bin Janssen-Kosmetics für die France. Mein Name ist Hermann Pesto, ich bin Janssen-Kosmetics für die Europäische Republik. Die Behandelnde Kosmetikerin ist ja ein Kleinunternehmen, und je besser das Kleinunternehmen mit hochqualitativen Produkten versorgt wird, umso erfolgreicher kann sie auch arbeiten. Insofern ist die Zufriedenheit unserer Kunden nicht, hört nicht auf bei der Zufriedenheit unserer Distributeure. Sie geht auch weiter mit der Zufriedenheit der Kosmetikerinnen weltweit. Es ist ganz wichtig, dass man zu jedem Hauttyp auch die passende Pflege hat, und das haben wir bei Janssen Produkten. Es gibt eine Vielfalt an Möglichkeiten, die Produkten zusammen zu kombinieren, und da wird jede Kundin für jeden Hauttyp das Richtige finden. An important element of our success is the quality of Janssen products. We have a German TUV Certificate, which emphasizes and supports our quality management. The effectiveness of our cosmetics has been proven by scientific research and dermatological tests, and naturally, we don't employ animal testing. Our products are developed in the laboratory of Dr. Roland Sacher, and constantly tested. We're very proud of our Luxury Series, a special creation of Dr. Sacher's. The biologist and scientist's many years of experience guarantee that Janssen products are gentle on the skin, fast absorbing and deeply effective. All das kann man nur erreichen, wenn man die Rohstoffe in geschickter Weise miteinander kombiniert. Das kann man nirgendwo nachlesen, das muss man einfach erfahren haben im Laufe der Jahrzehnte. In the Luxury Series, we use especially fine ingredients, including a PCM-Komplex of Pearl Water, Caviar and Magnolia. Naturally, we strictly monitor the origin of the raw materials. Wir möchten eindeutige Dokumentation haben, wo die Zutaten herkommen, welche Synthese-Schritte vorwendet worden sind oder Reinigungsschritte bei Naturstoffen. Wir möchten sicherstellen, dass wir nur das Beste für die Creme verwenden können. Es ist also wichtig, die Sicherheit zu haben, dass die Produkte nicht nur den gesetzlichen Anforderungen entsprechen, sondern dass sie auch Wirkung erzielen. Und diese Sicherheit und diese Effizienz, diese Nachhaltigkeit bei den Produkten, die stellen wir weltweit fest. Ich bin stolz auf das ganze Unternehmen, auf das, was wir hier geschaffen haben, auf die Produkte, auf unsere Mitarbeiter. Janssen ist ein Familienunternehmen. Das heißt, hier arbeiten Menschen. Und ganz einfach dazwischen sein zu dürfen und so sein zu dürfen, wie ich bin, das macht mir Spaß bei Janssen. Wir sind ein kleines Team und können aber international sehr viel bewirken. Das ist nicht nur einfach so ein Chef-Arbeiter-Verhältnis, sondern das ist wirklich wie eine zweite Familie für mich geworden. Da gibt es auch irgendwie keinen Unterschied zwischen meinen Söhnen und meinen Mitarbeitern. Nur so ist es uns möglich, dass wir alle zusammenarbeiten und Ziele schaffen, die wir sonst als kleines Unternehmen vielleicht nicht schaffen würden. Das Besondere an dem Unternehmen Janssen ist, dass wir ein Familienunternehmen sind und auch all unsere Kunden und Lieferanten im Grunde mit in die Familie einschließen. Und jeder, der mit uns zusammenarbeitet, im Grunde ein Teil der Familie ist. Wir beautifieren die Welt. 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 Die Welt.